ja hallo zusammen ich bin petra aus der känguru redaktion im moment im home office und ich möchte euch ein buch vorstellen was ich gerade erst geschickt bekommen habe und total nett finde das heißt raus an die frische luft das buch für kleine entdecker und es stammt aus dem verlag kleine gestalten es ist also es ist wunderschön gezeichnet finde ich und bietet jede menge ideen für kleine natur abenteuer im garten im park im wald auf dem feld die man auch im moment gut mit kindern machen kann also ihr könnt sterne beobachten ihr könnt freiluft detektive werden eine fensterkamera bauen rinden abdrücke von bäumen machen es gibt hinweise darauf wie man sich in der natur verhalten soll also wie man die natur schützt und wie man auch die tiere schützt die insekten schützt also auf keinen fall irgendwo drauf treten still sein ich noch ein beispiel dass ich gut finde ja wollten beobachten das hat mir auch sehr gut gefallen also wer jetzt gerade nach inspiration sucht für kleine ausflüge ins freie die man eben als familie allein mit den eigenen kindern macht der findet hier sicherlich jede menge inspiration auch ganz besonders das insektenhotel was gebaut wird das ist also nicht ein klassisches insektenhotel sondern wirklich eine kleine waldhütte sehr süß also absolut empfehlenswert raus an die frische luft kleine gestalten